Luftwaffe. Angriffsflugzeuge. Partisanenunterstützung. Montecasino war ein altes Kloster, das von den Amerikanern in Schutt und Asche gelegt wurde. Ja, guck mal, können wir jetzt besser machen. Können wir mit Samthandschuhen anfassen. Hm. . Live, wurde es in Kumpen. Green light in the drop zone! Give them hell, boys! Well, come on! Alright, let's get that boat on, boys. Come on, let's get these shuttle bung. We've gotifs. Order coming in, boys. Look, squad, all up and move out. Infantry reporting in. Ready for deployments, Sir. That's it, watch the ice. Wollen wir denn hier die zwei orangen Dinger an? Achso. Achso, das Partisanen Munitionslager. Wollen wir den Dinger an? Sound off. Trouble's calling on aim. Weapons support center. We'll get it done. You boys are here. Ready up. We're gonna drive into the line and secure that ground. We'll keep that formation tight. Goddamn! We're up! Brackle grenade out! There is ours. He's dead! Infantry down! Be ready! WRC is up! Guten Tag Heldrick und danke für den Raid. Bitte kein Spamming. Dankeschön. All in Squad! Did you hurt the CO? Enemy down to 250 points. Repeat. Two, five, zero. Throw it now! B-47 ready to ruin Jerry's day. Check the line. Capture point. Under attack. Straight to target. Dead ahead. Grass up. Ready to make another run. So, alles gut gelaufen. Come on. We're getting in. Races, stand two. All last. We need a cash on this resource. We got a pin down over here. What's our... what we want is overdone. We're eating dirt over here. I see you. We're eating dirt over here. We're eating dirt over here. That's it. That's it. That's it. That's it. that's it. Let's go for a few slides. What is the mission? Move! Get it going! He's gone. Leave him. Come on. Was now on a certain play time, uh, have I've had the capabilities, uh, hidden. Ah, come on. The Luftwaffe has been killed by the Skies are clear, ready for orders. There's a go, hold back, god dang it. Get inside, it's under cover. They've pushed us off a sector. The enemy is losing their grasp. They're down to 100 points. Skytrain boys are eager to make their drop. Get out of here, fall back. We're going deep into the lines. Look alive there, boy. Grenade! Grenade, cast for all arms. Head out. Double touch. Ammunition's point is being attacked. Enemy down to 75 points and falling. Dash done. This side's protected. Engineers looking for trouble. Ready to run interference on your word. All right, gang. We're going to press the attack and secure the area. Let's advance. Boys are waiting. All right, boys. Advance. Enemy down to 50 points. Force their retreat. That one's coming out of cover. What's the up? Keep it up. Bandtroopers need some guides that I want us. Z-E gleich schon erledigt hier. All right. Let's move like we got liberated. Almost there. Germans have 25 points. Put the pressure on. They only have 10 points left. All right, men. Mission accomplished. Let's get out of here. Aber wie soll ich das Fahrzeugfeuer holen? Also bitte. Die normalen Gefechte sind nie so knifflig. Ich glaube oben rechts sind keine wichtigen Informationen, wodurch irgendjemand stören könnte. Jetzt fehlen nur noch Vampir-Szene und ein Fledermaus-Umhang. Ich glaube oben rechts. Wenn ich jetzt nach unten spucke, also nach da, und das wirklich nach unten fällt, da würdet ihr voll ausrasten. Und wir sagen, boah, Magie, krasser Scheiß, wie hat er das gemacht? Zauberer verträgt seine Tricks nicht, ja, vor allem, wenn er sich versenkt, nicht, aber. Keine Bewegungspunkte mehr. Ich habe so viel Munition, ich muss das für irgendwas verwenden. Na, sind die neuen Küstengeschütze, wo ich früher in der Mission hätte was tun müssen gegen. Keine Bewegungspunkte mehr. nachschul abruf kompanie abruf stationäre luftwaffen oder spezialkompanie über dem zielgebiet oder flugfeld ab muss ich wirklich bis da unten laufen was wird mich anpissen da ich hier unten das stück nicht erobert habe das weiß ich jetzt schon nein falsches spiegeln horizontal vertikal schwäche man klasse das ist ein zerstörer mit 127 mm geschützen wie nimmt das ding bitte in den küsten geschütz auseinander indem es einfach eine leitkampagne ist da muss man eben kurz gucken wer hellrig ist muss ich wieder selbst machen und danach kommt wahrscheinlich die airborne auch noch rum und will mich ärgern all right men we may be on the defense but that just means we're in a better position to bring the fight to the enemy we're no fucking we can surround their hq we'll have a chance to force a retreat helrik hat vorhin hier geradet da hat er gesagt schön grüße von ecke aber ich kenne keine ecke und ihn kenne ich auch nicht weil der war auf allen twitch cons anscheinend von den icons her aber ich habe darum gebeten keines nicht zu spammen ich habe ja nicht gesagt das ist ja schlimm oder sonst irgendwas nur ich kenne ihn halt nicht und ich finde das immer schwierig wenn ich von leuten grade welche ich kenne oder keinen kontakt habe hatte vorher ah stimmt von strategie ecke das kann es natürlich sein also was habe ich in dem moment nicht gedacht ich bin doch einfach gestrickt stimmt hellweh könnte natürlich von strategie ecke kommen sein deshalb grüße von ecke macht dann sinn jetzt hat nichts mit nicht will sondern ich bin immer ein bisschen verwirrt weil ich bin auch zu neugierig damit ich erstmal gucken was ist das eigentlich für einer dann klicke ich schon mal auf die den raid link und guck erstmal was der überhaupt so macht und wo der überhaupt herkommt das ist die der hier jetzt wir wir da wir 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 Eine Infanterie-Section von Tommys wurde trainiert. Dann habe ich schnell einen Zugriffspanzer. Der kann an der Frontlinie langfahren und überall wo meine Infanterie Probleme bekommt, kommt der kleine Stuart hin und macht die platt. Und schon hast du eigentlich die Karte gewonnen, weil die KI dagegen nicht vernünftig vorgeht. Dann brauche ich hier nur ein Panzerabwehrgeschütz vorschieben. Jetzt machen wir hier noch eine medizinische Umwand, damit meine Truppen nicht so weit zurücklaufen müssen. Dann brauche ich die Karte. Royal Engineers, bereit. Wir brauchen alles, Leute. Let's get to it. Okay, lass ihn passen. Diesmal, Leute, will ich nicht natzen hier auf so einer Karte. Dass wir hier eine halbe Ewigkeit drin verbringen müssen. Die Infanterie-Section ist präsent und accounted for. Präsent und accounted for, Sir. And they should take out his take. Taidi? Time for a brew? Và rückwärts. Eh! Vorsicht! Behandeln! Back! Back! My mirror! Die Giffey, die Giffey! Oh, for Christi! Stop it getting whipped, I think! I waiting order! Back! Back! Don't fucking stop! Rick, come on, ladies. While we're young, all quick wins in the mouth. Rifle section ready! Give him a man! Cover his position! Commander Hatch, here! Ed Belichick, fire! Remember the drill? Wo ist die Fahrrad-Wheil-Driven? Geh! Wir haben dich! Komm schon! Wir sind hier! Los geht's! Los geht's! Los geht's! Los geht's! Los geht's! Achtung! Wir sind hier! 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 Heftet ihr mal was an, bitte! You wakers will march! Move! You wakers will march! The beggars are threatening a munitions point! Halt down! Halt those blisters, you shits! I think we're up, lads! Come on Sappers, get to follow him! Flight vehicle, eager to go! Move! Well it's been, sir! Your tech! Available on Lend, please! Heard! Heard into our destination now! Can't believe how it's done! No Hanks! Pull back to face! The rifle will get me! 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 Don't get distracted! Unstract me! He's dead! Naja, ich hab gedacht, das geht ja auch ein bisschen schneller gerade. We're up! Wie können wir das Game in Deutsch umstellen? Das Game ist generell, Oberfläche immer Deutsch und Sparausgabe ist Englisch, wie auf der Steam-Seite beschrieben. Um! Not enough! Not enough! Now you wanna give us a break? Report ready in the fuck out! Stand order! Do need this more than us! Stand in mind! Rifle! Rounds! Come on, pay attention, lazy buggers! Replacements are here! Let's put them through their paces! Vehicle ready! Vehicle ready! Show us! Make it right! Attention! Back up! Back us up! He's gonna be out of pay! Gun the fuckers down! We're going! Move your asses! Move! Ready as we'll ever be! Show us! Make it right! Get it antsy! We're moving! Give us orders! We're moving! Stand in mind! Show us making tracks! Die Truppen sprechen immer in ihrer Landessprache. Guten Abend, Kong! Enemy CP! Show us in contact! Oh, der hat schon wieder eine... Mobilen Panzerknipser. Ach, ich weiß nicht, wie sie heißen. Was ist Jerry's arm? Auf jeden Fall wird das... Äh, ist das nicht gut für meine Stuarts. Mala! Dankeschön! We're losing a munitions point to enemy action. Nice! Come on! Come on! Barf! So. The game is over and triple! Subbers, we're ready. Let's go! We're on fire! The strategic point is being overrun. Too hard! So, das war der Marder. Wie gesagt, da ist immer noch die lästigste Mission, weil die KI halt nur einmal wieder einen Haufen Truppen bekommen muss und dann pushen die aus ihrem Gebiet raus und nerven einen. Wo willst du denn hin? Zurück? Komm einfach rein da. Oh, dieser Punkt ist einfach zu nah an seiner Basis. Grenade on our target! They've got our fucking number! Hinge! Never bastards! Sector lost. Repeat, sector lost. Heading to our destination now. Fueled up and ready. Wend, Valentine, relocating. Gotta move, Jack. Enemy team! Not had orders in the office. We're in contact! Vehicle ready! Get in the fight! We're never gonna be. Hold tight! We're in contact! Sure, he's in combat! A capture point is being overrun. Gurkha rifles have been brought up to the front. We're in combat! Superstar, attack! Make a move! Right! New order, Commander! Vehicle ready! Sure, we're in contact! Territory lost. Bloody go! I've seen a murder, the half of. I've found a grunt. I've done a grunt. I've found a grunt. Sit down. Get in the way! Let's roll! Head into location now. He's on to the wall. What's that all done? They're in contact! You're in contact! Back up! Saffas, lass mich mal. Wir sollten die anderen Leute sehen. Oh, ich habe die Instruktion, Sir. Wir verlieren die Strategie-Punkte. Wir verlieren die Strategie-Punkte-Aktion. Saffas, ja? Saffas, hier! Komm, komm, komm! Wer ist der Coward? Was ist der Coward? Saffas, wir haben das ganze Tank. Saffas, wir haben die Anwes-Punkte-Aktion. So, wir gehen. Saffas, wir sind die Anwes-Punkte. Herr, die Anwes-Punkte-Aktionen. Wichtig, jetzt. Wir haben die Anwes-Punkte-Aktionen. Die Anwes-Punkte-Aktionen sind schrecklich. Saffas, wir haben die Schrauben-Aktionen. Saffas, das ganze Tank-Aktionen. Ja, Herr. Es ist bereit, geht los. Wichtig, die Anwes-Punkte-Aktionen. Wichtig, die Anwes-Punkte-Aktionen. Wir werden da, wenn ich mich selbst schreitze. Ich habe gesagt, dass der Marder ein Schützenpanzer ist. Und kein Jagdpanzer. Aber für einen Stuart reicht's. us are for boats to forever to fix, all right? Here they come. Take the British Kindle! Wir sind dead in, Saffas. Einmal, dass ein Selbstfall... ...Pala Fett und kein Panzer und da hier im Zweiten Weltkrieg sind, ist es auch nicht der Schützenpanzer. Okay, ich merke schon, welches Publikum jetzt langsam hier ist. Wir haben eine Räufung, bereit und aufzunehmen. Böge mich? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Räufig! Schau, was du denn da? Er ist tot? Natürlich können wir ihn nicht. Zappers, wir werden die Schiffen verhäten. Wir hören uns. Wir werden nicht mehr von diesem Schraubchen. Das war ein Schraubchen! Kommt, Schraubchen, füllen wir uns. Wir sind vollständig. Wir sind auf der Reihe! Wir sind auf der Reihe! Wir sind bereit! Wir sind bereit! I don't want to wear your fucking words. Orders, sir. Heavy machine gun and crew are ready for orders. They're freaking through us, yeah? Build those sandbags. Are we holding the position? Cavalry can't be too far off. This one's borrowed. Stafford's getting whipped up here. We have orders. Here we go. Awaited instructions, Ed. Move it. Royal Engineers out of contact. Presumed dead. Stop mucking about it. Come on, chaps. We've got enough. What now? Now let's find on the hook. Don't let that infantry get close. Order shift in position. All right, men. We've got them surrounded. Now we've just got to stand our ground until there are more outbreaks. You're a fucking word. March. We go orders, guys. Radio crowd is singing and we're listening. Looks like their reserves are on the way. We're getting chopsy, lads. Yeah, we're moving. Jerry's got it in for us. Jerry's got it in for us. What'll it be? We stand sure, breaking track. Pressure to the counterforce, sir. Go, go. Beek already. Quiet down. Listen up. He's in court to Tommy. Only Dickson. There he's here. Enemy up here. Take in hits. You're in contact. We're up, lads. That's enough. Renewed on that target. Attention. I don't even know. They're losing a munitions point. We're losing a munitions point. Valentine on the hook. Albert, get on it. Valentine team their shots to the front. Valentine's on the fire. The enemy is broken through. Bring up more infantry in. Ich muss den Pocken auf der HQ. Front, Ballantyne Tank, aus der Action. We need you! Private Section ready! You Wakers will march! Smack us up! Will it be, Sir? I'm getting a little too close. We need you! Ballantyne Infantry Tank is ready for orders. Enemy tank! You're in contact! Heading out! I know you say this! We're in combat! We're in combat! We're in combat! We're in combat! Support pro! We're coming! We've got orders to move! We're in combat! Armour's best to be off chance! Enemy tank! We're in combat! Infantry in combat! We're in combat! Move your asses! Move! Point's ours! All right, men. We've got him surrounded. Now we just gotta stand our ground until they're more outbrains. Get moving! Move! Fire! We've got the damage! We've got the damage! We've got the damage! Commander! Territory is being threatened! We're cartled! We're cartled! We're cartled! We're cartled! We're cartled! We're cartled! We're receiving on your feet! There's nowhere for you to run! The enemy is broken through! Bring up more infantry and close the fire that there needs to do! I don't think that that's a good idea from you right there! Drive here, Murat driver! Take your time! Radio's dead. Stuart's crew killed. Cover's built! Get behind it! Find those blisters, you shits! Go on! Get two of your shots! You're reporting! Keep your blood! That means you! That means you! Hands down, mate! Infantry section killed. All back! Bloody hell! They shall liberate that point, Gurkhus! Come on! Reporting! Come on! We're carolting over there! Right! Reverse! Inflation! Toes! Englade for him! It's a healer! That's a healer! Come on, sir! Good lord, we've just lost our CMD Truck! Alright, back up! Move back! My goodness! And KI benutzt auch manchmal Granaten. Give those out, Gurk, Ali. What've you got for us? We're moving! We're moving! Moderator, you're with me! Gurkhus have somewhere to be. Get your gear. We're moving! Your steward making tracks! Ich will einfach meine Ruhe haben. Ich gebe ja endlich auf. Er interessiert sich wieder nicht für mich. Zurück. 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 Dann zeigt er mal eine nicht ungültige Positionierung. Zurück. 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 Wir65. Zurück. Zurück. hochschuhen. Zurück. Zurück. quiereic. Die Optionen sind gelungslos. Er geht dahin. Ach so. Stimmt. мол da die Spfane wieder ein nehmen. Und dir finden Sie bereit. G Vielen Dank. W obsessiv делать? Wie? Hau ab, wir bauen die Sandsäcke. Jetzt kommt gleich wieder die Gegenoffensive, dass der sich wieder rausdrücken will. Gut, diesmal nicht, aber das ist wirklich... Wie gesagt, das bleibt auch immer noch die richtig beschissenste Mission, wo du den Gegner, sag ich mal, bis auf seine Hauptbasis zurückdrängen musst. Weil die KI natürlich nicht seine Ressourcen verliert. Und die kriegt ja auch weiterhin Ressourcen, denke ich mal, weil alle KIs ja cheaten. Hm. HMG-Team ready! Stop, we're moving out, chums! Medical duty, lads! Equipment's on the way! All right, men! Mission accomplished! Let's get out of here! HMG-Team ready! Tut, 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 tut. Ja, ja, die KI nutzt die Ressourcen der strategischen Karte und ich bekomme nur die Ressourcen der taktischen Karte. Das sehe ich nicht so. Hm? Ja. Man kann es bestimmt tricksen. Dann baust du halt eine Gefettstellung mit Artillerie, die den schwächt, wenn er auf dich zufährt. Du scheiße, das Verteidigungsmissionen. was wir hierherrücken müssen. Wir sind gesund. Wir gehen, dass die Ressourcen der Strecke sind. Du hörst, Boss? Sandbags! Jetzt, wie du nicht aufhörenkst! Spätschers, sicher als wir immer. Guten Abend, Gavagandi. Was willst du denn auf Deutsch stellen? Bei dem Spiel, alle Oberflächen sind Deutsch. Hm, die kommen jetzt schon. Danke Buster für dein Sub. Festziel und so werden auf Englisch angezeigt. Hast du schon mal in der Steam-Universite geguckt, ob da auf Deutsch Englisch einzustellen ist? Ah, Hilfe. Und ansonsten Spiel, Audio, Online, Eigenschaften. Eigenschaften, Sprache. Da ist doch Eigenschaften, Sprache, Deutsch. Ne, in-game findest du da zunächst. Eigenschaften von Company of Heroes. Da Eigenschaften, Sprache, da Deutsch einstellen. Gerne. Ich war mal so frei und hab da einfach die Aufnahme dafür, sag ich mal, jetzt mitgenutzt. Aber ich kann schon verstehen, wenn man das, äh, meistens stellen die Spiele automatisch auf Systemsprache. Das ist doch nicht kompliziert. Da ist ein ganz normales Feature von, äh, Steam. Wäre spannend, erlegen zu können. Genau, Bot haben ja, äh. Sandsäcke. We got what to do, lads. Yeah, we're ready. Taking fire. Let's move it. Our orders have come in. Enemy way down. Live vehicle, need us to go. Give that half-track an uppercut. Drop fucking riddance. Orders, sir. Sapper's ready. Build those sandbags. Soldiers, command has issued orders. All crew, prepare for firing positions. Unders, prepare to fire on that deck. Ready for action. Sapper's, we're for... Move! Stand ready to serve, soldiers. Ander, they're in charge, let's go. Get a runes on us. All guns. We lost contact with our sappers. Orders received and understood. Anders, we're here. We're going down. 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 Also manchmal kommt die KI total dämlich bei diesen Verteidigungsmissionen. Danke Dragon für dein Sub, falls ich dazu nicht gesagt habe, vor einer halben Stunde. Von Deutsch sprechen noch ca. 120 Millionen Menschen auf der Welt. Ist nicht so viel im Vergleich zu allen anderen. Das ist doch eine doofe Sprache. Ja, war nicht das beste Schiff. Auf der Seite. Och Leute. Das ist aber die letzte Kompanie, die mich jetzt da angreift. Auf der Seite. komm wir bauen einen kleinen dingo auch wiki sagt 90 bis 105 million also ich habe vor ein paar jahren geguckt gehabt als ich noch bücher geschrieben habe beziehungsweise auch viel geschrieben habe weil ich gucken wollte wie groß der markt ist da waren es 120 millionen erstsprache das kann natürlich sein dass über die jahre die zahlen immer angepasst werden und schrecklich diese armen leute die deutsch als zweitsprache lernt gelernt haben du darfst keine panzer und fahrzeuge reparieren ja dann spielen wir jetzt gleich den panzer repairmanager dann stelle ich mich in den raum und trinke erst mal nur ein bier hier 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 Move on that capture point! See who his face is off! Heimguns, get out in the head! Pay attention! We're capturing that point! Sappers, eyes open, guns up! Heavy machine gun and crew are ready for orders. We have the point! Scout card! Jerry's lurking! Forward with haste! The enemy has only 250 points left. Sappers on site! What do you need blowing up? One empty! That's right! M.G.E., say the word. Always eager to serve. Let's take some ground! Light vehicle! Eager to go! Carefully now, this one furrow! We're losing ammunition points to enemy action. Stewart! Eager for the off! Head into our destination now! Order's locked, done! Positions up! We found Jerry! We have territories exposed out there! Lines in the back! We found Jerry! 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 The enemy is down to 200 points! Carry on! Why will it be, sir? Heading to our destination now! Heading to our destination now! Take your stations! We're heading out! The beggars are threatening a fuel point! All right! Keep your liquors on! Do a fucking ass of it now! Fire! Hold tight! He's gonna get rid of it! He's gonna get rid of it! All right! Keep your liquors on! Back up! Dingo! Come on! We're terrorizing over there! Get on out! We're parking! Rick, come on, lady! Look lively now! Vickers MG, ready! Present to shut your mash and move your feet! Do you need a vickers? Heavy machine gun has been deployed for you! Let's make your bloody ropes! It's not destroyed us! Take payload! We're securing enemy territory! Quiet down! Listen up! Jerry's nowhere to be seen! We've got orders left! HMG Team ready! Wobei der eigentlich nur da unten lang gehen müsste! There you are! Get that capture! See what we've got! Aber so ist sie die KI! Perfect timing! The armor is here! There's a rumor that new Panther crews are training in this area! We're gonna put a stop down! Take you little wanker! Uuuhh! That's so kacke! Ja. Weil er kann mit dem Panzer überall reinfahren einfach. Scheißegal. Hold up. Ich krieg ihn nicht mehr weg. Der ist so unfair eigentlich. In dem Moment. Was willst du machen? The enemy has only 50 points left. Da muss er noch kurz die Punkte halten. Hm. Guys, let me move, you steady choir girls! Go, go! The enemy have only 25 points left. Heavy machine gun crew killed. Try your stations. An infantry section of Tommys has been trained. Immerhin. Einfach eine Atombombe rauskramen. Der ist auch rum. Aber wieder 60 Minuten. Da sind die Minuten eigentlich nur Gegenangriffe von Kompanien abgewehrt. So kann die Kampagne noch ewig dauern, ich muss es anders angehen. Mach mal Siedlern, dann wärst du 16 Minuten Banditen ab. Mal so, mal so. Mal so, mal so. Mal so, mal so. Wo kommt der denn her? wir sind im krieg stadt braucht hilfe beim wiederaufbau warum heißt er nicht so da jams rein Hallo, darf ich auch nochmal auf der Kampagnenkarte was machen? Ich werde direkt in eine neue Mission reingeschmissen, von irgendeiner Stadt, die kein Wasser hat. Weil ich denke mal, das ist die... Also entweder ist das eine Mission, wo ich jetzt den Sohn retten soll. Oder nicht, den Sohn, den Neffen. Oder ist die Mission mit den Partisanen, dass eine Stadt gerade Wiederaufbau braucht? Ja, das ist die Mission mit Colin. Und jetzt auch noch Ingenierer mit Flammenwerfer. Brennt die einfach weg. Gut, gut, Leute. Wir machen das Tanker einmal und sehen, was wir haben zu arbeiten. Sie ist ein bisschen banged up, aber nichts, das ich nicht kann. Das ist es, Lieutenant. Molly ist gerade in der Reine. Molly? Hey? You know what? Never mind. Let's head towards that town. Keep your eye out for Jerry Lads. Hey, Lieutenant. We've got some high explosive rifles. That should help us deal with the enemy infantry. Text ist falsch übrigens. Wir haben Reparatur-Kit bekommen. Die High-Explosive-Shells haben wir standardmäßig dabei. Get in the fuck out of here. All tights. It's gonna get rough. You broke it. You fix it. Head into our destination now. We're moving out, Chance. Guck mal, was der beste Weg wäre da. Come on, Chaps. We've got him on. Let's get rolling, lad. Order's are in. Hey, mate, go ahead. Stay out of his firing arc. Get behind it. Behind it. Get on it, lazy dick. Take your stations. We're heading out. Wo bleiben eigentlich die guten Panzer-Simulationen der Zukunft? Kann ich immer noch Armour-Piss spielen? Da oben rechts ist auch wieder ein Geschütz. Ich glaube, ich weiß, wie sie sich das vorstellen. Wenn wir hier durchs Buschwerk fahren, sollten wir nicht getroffen werden. Ich weiß gar nicht, ob der D-Shades auch schon vorher hatte. Ich weiß gar nicht, ob der D-Shades auch schon vorher hatte. Ich weiß gar nicht, ob der D-Shades auch schon vorher hatte. Also die Hochexplosiv-Geschosse. Seht mal bei den Panzern, wenn wir nur die Phosphor-Geschosse als Alternativ haben. Weck, weck, weck. Wir sind in Kontakt. Du hörst, der Commander. Komm schon, wir werden über da. Wir werden über da. Gäts, wir werden über da. Gäts, wir werden jetzt jetzt beraten. Wir werden schnell schütteln. Das wird wirklich schütteln. Wir werden jetzt verarschen. Das ist ein Meier-Arte. Hände, die Fahrt ragt. Was ist mir das? Was ist mir das? Ich kenne dich für dich. Kurz zum Reparieren, versteckt. Ja, man fühlt sich einfach so mächtig in einem Tank. Ich glaube, dass wir Colin retten sollen, rettet er jetzt alle anderen und wir zum Kriegshelden. Get in the fuck out of here! Radio! They found us! Back up! Back us up! Back 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 up! 건al scribe! Back up! Back up! Back up! Intoение! Back up! Augenlost. Retten unsere letzten Leute. Glück gehabt. Geil, die stehen einfach so und schießen sich. Counter Strike Match ey. Mit Autofeuer. Die Zeit! Bevor wir rauskommen, wir gehen! HMG hat nichts in Ordnung! King Erich, jetzt! Hm, rote Fässer, das ist eine gute Deckung. Danke für die Unterstützung, Japs. Die Strings waren ziemlich hairlig. Da waren schon ein paar Jahre lang. Ah, Pleasure, Lads. Fall in behind us, und wir werden den Hörer rauskommen. Soll meine Verbündeten mich nicht in Sicherheit bringen? Okay lads, there is only one way out of here and Jerry is gonna be waiting for us. Get ready! Ich kann uns gleich mit ner Paco durch ein Treibstoffdepot laufen. Ach, Treibstoffdepots sind gar nicht so unsicher wie man denkt. Geh, Geh, Geh! Geh, 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 Geh! Shut up, fuck up, fuck up! Stuart has a target! Stand down, go under any substance! We're ready to miss a gate! Jerry's there! Right fucking there! Of course we can have rotate! They should have side armor! Halt tight! It's gonna get rough! Come on! We're ready to go! We're ready to go! Stuart making tracks! Tino heads down! Fire! That ain't gonna hurt! Tino's quack! The infantry taken out! We got them all! We're going! We're going! Tino's trooper's thing down! Who is it? Äh... I think that with a project here, I think I've got one Soldaten durchlöchert. Stuart has a target! Stuart making tracks! Stuart making tracks! Stuart making tracks! King Eric's down! They have to help! Stuart were deadly! Guys! Stuart making tracks! Ah! Bullocks! Now we'll fix what we can! They're running just again. They're running just a bit further. I think they're running just a bit further. Get the fuck out of here! Go! 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 Come on, Jacks! We've got them out! Let's go! Come on, Jacks! Das ist alles, Leute. Wir sind vorbei. Okay, wir gehen zurück zur Basis und reporten. Ich bin sicher, dass sie sich gefragt haben, wo wir waren. Hey, Lieutenant. Du glaubst, sie werden uns den Tank behalten? Fighten darfst. Der geht bestimmt in die Politik, wenn er zurückkommt. Für Slytherin. So, Gaeta braucht Hilfe. Wir sind einfach voll weit weg. Ich kann eine britische Panzer Company holen, aber selbst wenn die dann da ist, brauchen wir eine ganze Ecke, um bis da oben zu kommen. Weil ich gerade meine Frontlinie vernünftig ziehen wollte, dann ziehen die mich schon wieder in eine andere Richtung. Okay, da ist nur ein Bataillon drin. Also eigentlich bewegst du Kompanien mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Ist halt mal was anderes. Ah, falsche Geschichte. Ich wollte eigentlich was anderes machen. Ich schreibe ihn. Ich würde es nicht lesen. Wir haben die Einwanderung. Oh da sind alle hingegangen. Mein Gott ich habe elf Fähigkeitspunkte bekommen. Weil ich drei Schlachten geschlagen habe mit der Truppe. Tut mir leid Widerstand aber wir müssen Atelierfeuer machen. Wir müssen ihn noch weiter schwächen. Krieg beim Rundenwechsel Probleme. Ist das bevölkerungsteam erreicht war ich oben hier dieses Lagerding angefangen habe aufzubauen. Abbrechen ja. Du bewegst nach Toretto. Du hast ja als Übersicht gemacht. Was? Ja! Ne, bis da oben kann ich kein Flugzeug fliegen lassen. Nein, ich zocke keinen Multiplayer. Ich habe aber gar keine Zeit dafür. Ach da ist die gestrichelte Linie. Da wackelt wieder was auf der Karte. Ich habe keine Zeit Multiplayer zu spielen, weil Multiplayer Never Ending Story ist. Hmm. 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 Hmm.